Ich habe herausgefunden, man kann mit den Pfeiltasten im Bau-Modus zwischen den verschiedenen Computern hin- und herswitchen. Aber irgendwie funktioniert das noch nicht bei den Missile-A-Way. Und mit C kannst du die auch anwählen und so weiter. Ja, die Teile. Ich beobachte sie. Ja, was ey. Tobi hat seinen Kerl nicht. Mein Raumschiff wurde weggerannt. Super. Darfst du scheiße lachen. Ist er bestimmt nicht mit Absicht. War mit Absicht, du auch. So, noch ein paar mehr Generatoren reinhauen. Das Land braucht mehr Energie. Ist das Martins-Schiff das einzigste Grüne? Weil ich ein Faction-Modul dran gebaut habe. Ja, stimmt. Sollten wir irgendwas mit den Piraten in der Nähe machen? Ja, ich versuche grad ein Bild... äh... Ein Schiff zu bauen, wo man gegen die vielleicht antreten könnte. Könnte. Theoretisch. Rein theoretisch könnten wir sterben. Ja, ja. Sehr zuversichtlich. In der Theorie ist alles möglich. Bedauerlicherweise. 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 Hm, ja. Irgendwie... Auch in der Theorie ist nicht alles möglich. Theorie besteht einfach nur sich rumfantasieren, also... Mit einer MENGE Fantasie ist alles möglich. Gern zu ändern. Ich auch. Äh, ich höre mich so ein bisschen doppelt. Ich hoffe, das hört man nachher nicht so oft. Der Aufnahme. Also ich höre auch. Also die werden's dann auch wahrscheinlich hören. Weil das ist nicht so schlimm. So, zwei, drei, vier... Zwei, drei... Martin, du bist doch gebürtiger Russe. Erzähl uns doch mal was auf Russisch, bitte. Was heißt gebürtiger? Keine Ahnung. Ähm, soweit ich weiß, äh, Stolz oder irgendwie sowas. Ich kann nicht so gut, flüssig, sprechen, so... Russisch, flüssig. Hm, schade. Tun sich auf ein Konzept. Genau, das war mein Ziel. Welches Konzept? Ähm, Martin, wo bist du denn gerade? Bist du gerade bei deinem Riesenraumschiff Dingens? Äh, ich bin ja in jeder Shop und versuche hier was zu bauen. Ähm, ja, die Talorium, die versucht die Biber von Martin anzugreifen. Oder für abzubauen. Ja, mein lieber Biber, das geht nicht. Nee, 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 nee. Kalt werde ich diesen ganzen... Kack hier abgebaut haben. Jaaaaah. Hey, der... Ich glaub, mein Raumschiff wird das breiteste von unseren. Guck mal, wo der Fussel ist und ärgere ihn. Erstmal treu, ne? Ey, mein Laser muss gerade lustig aussehen, so... Was ist so lustig? Tobi klaut mir nur gerade meine Ressourcen, die ich eigentlich haben wollte. Wenn ich das meine, ist um einiges... Ach ja, nein. Alter, die Base habe ich ja auch noch zu bauen. Also der braucht sich da kurz durch und ich hätte gerne auch was gehabt. Aber ich... Übrigens, du weißt, es ist so sehr wahrscheinlich sehr schwer, wie du in deinen Raumschiff einsteigen kannst, ne? Wieso schwer? Also ich würde da nicht irgendwas vorbauen, wenn ich keinen... ähm... Sicht... äh, kein... Sichtdimmenswarte. Dein Cockpit. Cockpit. Ey, ich wurde im T-Stick angestopst. Hä? Schau mal, hinten ist offen, Tobi. Waaade mal. Waaade mal. Waaade mal. Waaade mal. Was ist hier los? Hä? Bin kurz. Bin kurz halbwegs abwesend, um mich da einfach mal so anstupst. Einmal so anstupsen, ist doch böse. Skips. Einfach fremde Leute schubsen. Das geht so nicht. Ach. Das ist schon da wieder. So. Einmal ignorieren. Das ist immer Fusel. Also... Er labert immer solche Scheiße. Ne, ich meine, ich wurde Astro. So. Ja, ist egal. Tobi, geh mal in den Bauern. Oh, los. Hä? Ich hab da sowas gehört. Geh mal in den Händen. Ich bin eben verdrungen. Oh, ich hör mir das falsch zu machen. Ich geh mal in den Händen. 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 Ich hab' einen geschissen. Ich bin grade wegzuschieben. Das ist nicht grad wegzuschieben. Jetzt versorge ich dich wegzuschieben. So, Savage, Chip, Chor. Ich kann nicht einfach keine Frage. Ach, der rosa-rotte Panther. Ach, der rosa-rote Panther. Was ich schaffe, koste sich... mein mein ob man meine mädel nicht mehr gesehen auf gegen gehört dieses komische raumschiff aus schildern und mehr generatoren wieso gehört die was für uns dann man die das teil aufmachen soll was hast du damit vor es bauen er baut ein krieg schön ich habe meine fähigkeiten aber ich habe zu wenig geld wo ist es sind das die meiner oder sind das andere eine savage kanone eine saw a wedge den glisch vor der wind englisch ist kugel nicht du wo ist die anlockstation anlockstatt ja ich bin so Ja... Ja... Okay... Bin ich doofen? Maybe... A little bit Wieso? Bah... Ach, ich bin mal wieder der Ochs vom Berg Ich muss hier erstmal den Salvage Computer anwählen, damit das geht Na ja, nicht den Chip-Core Äh... Der da? Ja... Ach, Docking! Gibt's doch extra so'n Teil! Ja... Okay, es gibt sogar ne Turret-Docking-Unit Ich will hier mal ein Docking-Unit Ja... Hm... Okay, Station So... Ja, ne, das wollte ich nicht Navigation Gut, in welche Richtung fliegt man jetzt stumpf, ohne die Piraten... Den Piraten in die Arme zu fliegen? Also schonmal nicht in die Richtung Ach, sind wir hier überall umzingelt von Piraten, oder was? Ja... Ja... In eine Richtung sind Piraten... Ähm... Schiff, Schiff, Antimaterie... Können wir nochmal... Hallo? Genau... 20... Still-Dick... Kaufen... So... Ähm... Da, Weapons-Computer... Dankeschön... ... ... ... ... ... Hey, womit macht man Fehlgeld, das hier in der Nähe ist? Äh... Ähm... Ich kann Koordinaten von zwei Space-Stations sagen, wenn du möchtest... Ja, los! Okay, ähm... Ich muss gerade öffnen... Entschuldige das bitte... ...nachmal... Also nicht Koordinaten, sondern Sektor... Äh... Sektor 413... ... ist die eine... 413... Bin unterwegs, bis denn? Ich los den Planeten... ... mit Bäumen... Äh... Also dieses Mal habe ich nicht so hohe Frame-Zahlen wie letztes Mal... Aha... 413, ne? What the hell? Das versteht, als wenn da... ... Feinde sind... Ja, wahrscheinlich... So, dass der denn eben... So, jetzt aber nochmal... Komm schon... Nur ein Shop... Okay... Ziehen, platzieren... Hä? Oh Gott, spinn ich den jetzt? Oho, ich habe einen Planeten gefunden... Mal schauen, was drauf ist... Moment... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 8... Es ist eine Wüste... Da dürften Kakteen drauf sein... Die bringen auch recht viel Geld... Okay... Ich bin total verwirrt gerade... Okay... Irgendwie... Ja, das weg... Dead weg... Mal, warum ist die Maustellung gerade so scheiße? Du Savage-Kanone... Danke... Okay... Wie sehen die Raketen aus, wenn ich das so anordne? Jetzt noch ein paar Thrusters da und dann ist mein Schiff erst einmal fertig... Hä, wo bin ich? 3... 4... 6... Okay, da... Hups... Da hin... Da hin... Da hin... Da hin... Da hin... Da hin... Okay, das macht kein Unterschied... So... Und... Die... Weapons... Radarjammer... Der kommt auf die Nummer... 3... 4... Saavedge... أه... Sólvaj 저도... Îkلمس... Ich lerne es auch nie... Das ist die Nummer 2... Der ist die Nummer 1... So... Ich kann mein Signal verstecken... Oh... Alter, zieht das viel Energie! Da verkaufe ich den scheiß Radarjammer. Jetzt bringt es doch irgendwie nicht. Bist du? Ja du bist der Radarjammer. Dann kaufe ich mir dafür, für das Geld eher was anderes. Alter... Au! Grüß dich. Ja, bin ja beschäftigt. Ähm... Leute, wie hieß nochmal das Unsichtbarkeitsmodul? Da fliegt's gar nicht mehr, schade. Ähm... Etwa eine... Milli... Warte ich muss jetzt erstmal schauen. Wo war die Space Station... Unsere... Da, Space Station Earth Goddard. Äh... Space Station... Wie sollte man irgendwas dagegen machen, dass da so viele Schiffe im Navigationssystem sind? Und... Schiff soll wegmachen oder irgendwo andauern? Nein, selbst dann stehen die drinnen. Sicher? Ja. Ja. Aber wie... Also werden sie sie am anderen Raumschiff anlocken. Und wenn man sie am anderen Raumschiff anlockt... Und wenn man sie am anderen Space Station anlockt, warum leckt das Ganze... Kann man... Kann man seine Schiffe auch aus dem Singleplayer einfach mal herholen? Ja, klar. Du kannst Blueprints davon machen. Ja, hatte ich eigentlich, aber irgendwie finde ich... Musst sie erst uploaden. Hm... Und wie tue ich das? Äh... Du öffnest den Tar... Gehst in den Catalog rein... Und dann Upload Entry von Local... Und dann werden... Available... Heißt die, die du hochladen kannst. Und dann gibst du einen Namen ein... Von dem... Äh... Blueprint, den du halt hochladen willst. Hm... Und dann... Die Blaupausen... Äh... Die Namen der Blaupausen stehen noch drinne. Hm... Okay... Das macht 80 Schadenspunkte. Bin ich hier auf dem Film an... Hier rum experimentieren. Upload complete. So... Wo ist denn eigentlich Fuselenski? Wie? Uh, der kostet... Eine Millionen... Der ist kostet eine Millionen... Die Hunter... Äh... Leute, wo seid ihr gerade? Leute, wo seid ihr? Mal wie? Du bist gerade an mir vorbeigeflogen... Ich bin... Ich bin gerade... Am abbauen... Und ich habe dir keinen... Weck der gestellt... also ich bin mit dem Sektor 4 1 3 also das wissen möchtest 5 3 6 ähm ich glaub wir haben jetzt schon eine halbe Stunde ja komm das übertreibst du aber äh halbe Stunde und 20 Minuten meinte ich keine Ahnung ich zähl die Musik und mich dann lasst uns einen Schnitt machen dann gehen wir es nach wieder würde ich sagen dann äh das war Folge Nummer 7 und so könnt ja dann die nächste Folge gucken wenn sie rauskommt also bis gleich ciao